Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt Sie? Das war ein Befehl! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederträchtiger, treulöser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten die für Sie verblicken. Nicht als Feiglinge! Verreißer! Verzager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist doch geschmeißenes deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehren! Oh mein Gott! Oh jeez, oh god!